Die nächste Chance für den Markt, eine Unterstützung zu finden, die ist schon gegeben. Der DAX hat mit dem gestrigen Rücksetzer, hier sehen wir das nochmal, das Gap und dann anschließend die Fortsetzung nach unten. Da sieht man, ich rede öfter mal über auch die Gap-Schließung, weil ich das ganz häufig gefragt werde. Werden die nicht immer wieder geschlossen? Ja, sie werden immer wieder geschlossen. Die Frage ist nur, will man solche Rücksetzer dann aussitzen für diejenigen, die dann hier long gegangen sind und gesagt haben, was holt er sich? Die sind zumindest jetzt mal am Schwitzen. Zumindest gibt es eine gewisse Chance, dass der Kurs jetzt hier eine Unterstützung findet aus dem Trendkanalverhalten, was wir hier haben. Wir sehen, oben passt es hervorragend. Wir können es fast auf Tagesbasis noch besser sehen. Also hier oben passt das relativ gut. Hier unten würde es passen. Wir haben zusätzlich hier so ein bisschen eine Cluster-Situation aus verschiedenen Fibonaccis, auch wenn die nicht ganz super eng zusammenliegen, wie ich das am liebsten habe. Aber zumindest kann man sagen, ja, meine Güte, dann gönnen wir dem Markt hier die Unterstützung. Das ist zumindest mal denkbar. Ob es der Markt dann wirklich aufgreift, das werden wir sehen. Das ist übrigens auch ein Thema in Amerika. Wir haben den Dow Jones grundsätzlich mit der gleichen Situation, allerdings mit dem Ausflug hier unten terhalb. Und wir sehen, dass auch ein Cluster nicht sakrosankt ist und immer halten muss. Im Gegenteil, es kann durchaus sein, dass er durchgeht. Und das ist eigentlich sogar eine Indikation, denn ein Cluster, mehrere Unterstützungslinien sind immer ein Angebot für den Markt. Mensch, wenn du ein bisschen Hoffnung hast, hättest du hier eine Chance zu drehen. Offensichtlich hatten die Marktkeinnehmer keine Hoffnung. Im Gegenteil, sie haben gesagt, das ist mir völlig wurscht, ob man hier drehen könnte. Mache ich nicht mit. Und der Markt ist weiter nach unten gegangen. Also eine spannende Situation, wie das hier ausgeht. Trotz alledem, da ist die Hoffnung noch nicht gänzlich verloren. Wir sehen zum Beispiel beim S&P, dass da das Bild noch relativ gut aussieht. Und deshalb denke ich mal, sollten wir uns überlegen, ob man da nicht was draus machen kann. Und ich denke, das ist ein Trade des Tages wert. Also man kann es hier schon ein bisschen erahnen, aber wer die genauen Ideen haben möchte, mit unseren exakten Ein- und Ausstiegsdaten, wie wir stoppen, wo wir unsere Ziele sehen, der guckt sich den Trade des Tages an, einfach dort anmelden. Es ist kostenfrei und kriegt die Information da geliefert. In diesem Sinne, an dieser Stelle jetzt erstmal viel Hoffnung, aber wenig Beweis. Das wird der Markt uns noch schuldig bleiben. Die Chance ist allerdings gegeben, dass da sich was draus entwickeln lässt. Drücken wir mal die Daumen, dass der Markt uns die Chance auch präsentiert. In diesem Sinne, alles Gute und liebe Grüße.